Musik Hey Leute, ich bin Jan von den Matchdags Barbies und herzlich willkommen zum dritten, bereits schon dritten Pack of the Day. Heute haben wir deutsche Matchdags extra 10er-Päckchen 2014-2015 und auf dem Päckchen dann sehen wir hier André Hahn von Gladbach, Raphael van der Vaat, der ja wahrscheinlich Hamburg verlassen wird, vielleicht Richtung USA, dann Stefan Kiesing von Leverkusen, Mkhitaryan von Dortmund, Alexander Mayer von Anfang Frankfurt und Ivan Perisic von Wolfsburg und die Wahrscheinlichkeit, also hier für die Karten, 168 Sammelkarten sind verfügbar, eine Duo-Karte in jedem Päckchen, Matchdags oder Hedrick-Helden in jedem zweiten Päckchen, Halbtransferente Torwartkarten an jedem zweiten Päckchen und Klub-100-Karten an jedem 40. Päckchen und dann beginnen wir doch auch gleich mal. Also da haben wir als erstes von Hamburger SV war schon auf dem Päckchen drauf, Kapitänskarte Raphael van der Vaat mit 80 Angriff, dann haben wir von Augsburg-Mittelfestspieler Rookie Sean Parker mit 53 Angriff, haben wir den nächsten Rookie von Stuttgart Baumgartl mit 61 Verteidigung, dann haben wir den Torjäger von Aue Romario Korzog mit 53 Angriff, dann haben wir einen prominenten Bruder und zwar von Borussia Mönchengladbach, Torgen Hazard mit 75 Angriff, dann haben wir von Hertha WSC Berlin Angriffer Salomon Kalou mit 77 Angriff, dann haben wir von Freiburg Mike Fanz mit 63 Angriff, und dann noch Verteidiger von Hamburg Ostschrodeck mit 68 Verteidigung, dann haben wir Duokarte von Freiburg, Darida und Schmid mit 76 Angriff, und dann noch Matchminderkarte vom Top-Türschützen der Bundesliga von Eintal-Frankfurt-Mittelfestspieler Alexander Mayer, Matchminderkarte mit 85 Angriff, und das war auch schon das Päckchen für heute, hier 10 Karten waren da drin, ich finde, das war ganz erfolgreich mit dem Matchminder, und ja, das war das dritte Video, schaut euch die ersten beiden Videos an von dem Pack of the Day, und dann sehen wir uns morgen wieder hier bei den Matchexperty, Ciao!